Yo Leute, willkommen zum neuen Video. Ich wollte mich nach ca. 2 Wochen Pause einfach mal für das krasse Feedback auf mein letztes Video bedanken. Wir haben einen, einen ganzen Like ge... Einen ganzen Like geschafft? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was hat denn ein Like auf so einem Video zu suchen? Seid ihr eigentlich beschot... Loll! Loll, Groot! Oh mein Gott, sehr schön. Puh, das war eigentlich knapper als es hätte sein sollen. Aber sie hatte ja auch den Überraschungskreffekt auf jeder Seite. Da kommt direkt der Nächste. Hau in die Lava! Yes! Oh mein Gott! Jetzt reicht es aber auch so langsam hier, Leute. Oh, die Leute, ich bin nicht da, jetzt wo wir befangen haben. Oh mein Gott, da habe ich Glück gehabt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen da rüber. Ganz knapp. Wo ist er? Da. Ich wollte ihn jetzt nicht runterschlagen. Ihr verbrennt, komm. Yes! Sehr schön! So, Schaden ist zwei Schwert. Wo ist der Typ jetzt? Da ist er. Mist. Stack Battle. Woo! Oh, das war eine Chance. Okay, was mache ich jetzt? Fuck, ich habe den Drop verkackt. Nein! Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! 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 Oh mein Gott! Wie kann ich das gerade mal so verkackt haben? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht ab? Feiern die ganze Nacht, die ganze Rage! Danke. Danke. Ruhe bitte. Dankeschön. Ich freue mich sehr, heute Abend hier stehen zu dürfen und dem Preis für die Voice-Like-Stimmbuch-Awards entgegenzunehmen. Ich musste mich gegen wirklich würdige Gegner behaupten, wie z.B. Baby's Beauty Palace mit How It Is oder ApoRed mit Baba Wagen und ich muss sagen, dass jeder Einzelne von ihnen jetzt an meiner Stelle stehen könnte. Umso glücklicher bin ich natürlich nun von ihnen auserwählt worden zu sein. Vielen Dank. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel das für mich bedeutet. Vielen, vielen, vielen Dank. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Haha, Comedy. Yes, sehr schön. Ich habe zwar die Enderpearl nicht mehr bekommen, aber sein Schwert und das ist natürlich sehr schön. Oh, sehr schön. Moin. Run, boy, run, this world is not made for you. Run, boy, run. Yes, sehr schön. Yes, sehr schön. Oh, hi. Oh, das ist so hart Karma. Das ist so hart Karma. Hi. Oh, dieser Skinkill. Oh, dieser Skinkill. Oh, mein Gott. Und. Die. Die. Skinkill. Okay, was willst? Ich muss eben auf die alte Tour Oh, 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 oh Gott, das ist ein Zufach Das ist ein, das ist ein Fakt zu, super Oh, 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 oh mein Gott! Ach du Scheiße Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Als ob ich mich hier jetzt gerade ernsthaft noch gerepelt hätte Monitzen Ich will das so hell gewinnen Okay, den Sieg hat er sich verdient. Den Sieg hat er sich echt verdient. Oh mein Gott! Wieder safe, wieder safe. Das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Mir ist da jetzt nicht gerade ernsthaft der Block weggebrannt, auf dem ich gestanden habe. Ist das euer Scheißernst? Alter, was war das denn? Geronimo! Oh fuck. Ja gut, das hat mir jetzt nicht ganz so viel gebracht, muss ich zugeben. So nicht, mein Freund. Boom! Also das war ein Maurer, ernsthaft? Zu geil. Also ich kenne echt niemanden, niemanden, der so blöd war, sich das Maurer-Kit zu kaufen. Hi! Ja? Ups, das war falsch. Oh mein Gott, ich habe dich ganz gut geklappt. Nein, ich bin tot. Oh, scheiße! Tschüss! Oh ihr Konzerten. Starke Aktion. Oh fuck. Ach, da ist er. Sehr schön. Oh, ich bin gar nicht alleine. Und, ist er weg? Ja, er ist weg. Sehr schön. Oder? Was soll denn? Der bleibt da unten. Okay, danke schön. So, wo ist denn jetzt hier der nächste? Ist der hier drüben oder der da drüben? Der da drüben, ne? Ja, komm. Dann werf ich mich mal rüber. Kann ich nicht direkt killen, aber... Jetzt. Starke Aktion. Yes, sehr schön. Das war schon der letzte? Okay. Hab ich auch nichts gegen. Jo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Auch wenn ich aufgrund der Tatsache, dass ich nur dieses Wochenende, an dem ihr es gerade seht, Zeit hatte zu schneiden. Ähm, vielleicht nicht ganz so krasse Schnitt Szenen mit eingebracht habe. Davor hab ich dann aber, dass die zwei kleineren Comedy Szenen euch gefallen haben. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag, zu welcher Uhrzeit ihr das Video hier auch immer guckt. Weil, wenn man das so sieht, hat's auch gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt hab, das Wochenende, an dem ihr es gerade seht. Weil das ist ja immer unterschiedlich, aber egal. Wuh!